Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Hot Wheels Unleashed. Heute geht es in, ja zumindest für mich, wahrscheinlich die letzte Session. Ich werde jetzt die 8 plus 6 verbleibenden Events nochmal durchrödeln und bin da sehr gespannt drauf. Magnetische Felder, könnte das erste Event sein? Ja und das soll auch einfach mal das erste Event sein. Legen wir los und wir fahren mit, boah, was nehmen wir denn? Wir haben ja ein paar neue Fahrzeuge freigeschaltet. Im Prinzip, ja, können wir mal den vielleicht bald nutzen? Den R2DZO würde ich ganz gerne eigentlich mal tunen, weil der eigentlich ganz lustig sogar aussieht. Geschenkfahrzeug, was heißt ein Geschenkfahrzeug, das ich die ja am Anfang, ganz am Anfang gekriegt habe? Im Prinzip hat man ja jedes Fahrzeug so gesehen geschenkt bekommen. Testen wir mal das Formelauto, gehen wir mal rein. Magnetische Felder heißt, wir werden viel Kopfüberfahren. Gucken wir mal, wie das hier läuft. 1,36, okay. Erste Kurve schon mal nicht optimal. 1,36, okay. Okay, weiter. Nein, da hätte ich mir den Boost sparen müssen. Das war nicht clever. Das ist trotzdem ein etwas früheres Event. Das könnte tatsächlich gut passen jetzt. Könnte ich da direkt links ins Ziel springen? Scheint eigentlich so, ne, weil da ist keine, da ist ja kein Checkpoint mehr dazwischen gewesen. Nach dem Schwung hätte ich direkt ins Ziel springen können, theoretisch. Ja, hat aber auch so gepasst. Also insofern ist es in Ordnung. So, noch 13 Events. Wo kommst du denn auf einmal her? Okay. Verstehe ich nicht, aber wir nehmen mal das Geschenk an und gucken mal rein, was da drin steckt. Ein Auto, das wir bereits haben. Ja, schade. Zeitlich begrenzte Angebote haben wir leider immer noch exakt dieselben wie zuvor. Es ist halt wirklich ein bisschen komisch. Warum wird mir das alles jetzt mitgeteilt? Ich glaube, weil ich das Spiel beim Starten quasi mal abgeschaltet habe. Und dann hat sich, äh, und das Spiel war wahrscheinlich während des, äh, Dingsprozesses noch. Hier, Speicherungsprozesses. Und dann hat sich jetzt gedacht, ach, der Dave, der muss das ganze Tutorial jetzt nochmal bekommen nach dem Motto. Äh, ja, zwei Rennen. Parcours. Äh, gehen wir mit dem Extroteak rein. Mag den Kollegen hier. Gutes Auto. Ready, set, go. Ah ja. Diese Startmethode. Ja. Okay, ich hänge mich ja nicht dran, Kollege. Auf die Beschleunigungsstreifen wollte ich eigentlich nicht. Oh no, das ist ärgerlich. Ah, alles versemmelt am Anfang. Nicht so gut. Aber nicht verletzter, krass. Ganze Rasselwande hier eingeholt. Hallo. Ich habe doch gesagt, ich hänge mich ja nicht dran. So, jetzt kannst du dich an mich dranhängen. Okay. Blaue Kurve heißt, wir können hier wahrscheinlich gut durchdriften. Ja, Mann. Und gleich nochmal. Untertitelung. Genau. Auf siete. Äh, äh. Ey. 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 Okay. Wo kommt der denn auf einmal her? Ich bin maximal verwirrt. Zu meinem Ernst, wo kommst du her? Jetzt ist er plötzlich wieder slow. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Okay. Fehler frei fahren. Das wäre optimal. Okay. Hinter mir sind schon wieder einige. Push. Und noch einmal. Push. Die letzte Kurve würde gut hinbekommen und dann haben wir es. Nice. Nice. Schönes Rennen. Läuft. Heute geht es richtig gut voran irgendwie. Ja. Ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn man einen Tag Pause hat, so nachdem man sehr viel gezockt hat. Und einem so ein bisschen vielleicht sogar der Shell brummt irgendwann. Und man dann wieder richtig rein starten kann. So. Zwei Time Trennen haben wir hier noch. Hier kriegen wir ein paar Zahnräder. Deswegen fahren wir hier erstmal. So. 1,44, 48 war es hier glaube ich, oder? Zielzeit. Ja. Man merkt wahrscheinlich, dass ich sehr gerne mit Zahlen hantiere. 1,44, 50. Okay. Dann haben wir ja mal über das Thema Sport gesprochen. Übrigens Thema Abnehmen. Ich bin jetzt aktuell. So enorm viel ist da nicht vergangen seit dem letzten Mal, als ich drüber gequatscht habe. Ich hatte ja gesagt, 105,0 war es quasi am Sonntag. Dann ist es halt am Tag darauf 100, 4,6 gewesen, dann 104,5 sogar. Ich glaube, ich hatte 104,4, da war aber dann in Erinnerung. Dann 104,3 sind es jetzt glaube ich dann. Also drei Tage, nachdem ich 105,0 gewogen habe. Ich sehe das jetzt nicht als gegeben an, weil Gewicht schwankt auch gerne mal hin und her, aber nehmen wir das zumindest als mal Fingerzeig dahingehend, dass es in die richtige Richtung geht. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Ja, nächstes Ziel ist halt bis Sonntag. Also ich glaube, dann wäre es der 18. oder 17. oder 18. ist der Sonntag. Ich glaube, der 17. 104,0 zu haben. Das wäre richtig, richtig geil. Mal gucken, ob das Ziel dann gepasst haben dürfte. Da werde ich irgendwann in einem zukünftigen Video vielleicht mal drüber sprechen. Boah. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Format. Denn hier haben wir nur noch elf Rennen. Ihr Lieben. Hot Wheels neigt sich jetzt immer schneller dem Ende entgegen. Crazy. Ja gut, das sind aber auch jetzt die Events, die sehr flott gehen. Wir werden nochmal zu ein paar Events kommen, wo es ein bisschen schwieriger werden wird. Und da haben wir die Events, die nach dem Bossareal kommen. Und da kommen ja auch neue Fahrzeuge, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Geheimnis, das wir lüften müssen. Wo ich vielleicht auch sogar nochmal Inspektor Kugel zu Rate ziehen muss. Der hat mich im Vorhinein schon direkt für die Kurve committet. Ich habe dann gehofft, dass ich durchkomme. Hat dann auch zum Glück geklappt. Ich finde eine Sache ein bisschen schade, weil ich es eigentlich sehr cool finde, wenn man es hinbekommt. Nämlich, dass wenn du boostest und in den Drift gehst, also sagen wir mal Boost Drifts, dass die keinen Boost geben. Sondern, dass in dem Moment die Boost Regeneration gestoppt wird. Ich könnte hier zum Beispiel darauf achten. Also da kam gerade nichts dazu. Ich habe auch nicht gut gedriftet, aber... Joa, easy. Wie gesagt, das sind ein paar Events, die ein bisschen easier noch sind. Die einfachen Events grase ich jetzt gerade ab. Jetzt geht es aber wirklich zu den schwierigeren Events wieder. Ah ja, da haben wir noch ein Rennen theoretisch. Wir haben zwei Rennen. Hier die beiden. Ne, eins haben wir noch. Wait, haben wir hier noch was? Nö, ne? Boah. Dann gehen wir zu den, äh, sechs sind es jetzt glaube ich noch. Ja, das sind nur Belohnungen. Zu den sechs, äh, harten Events. Fünf Lust und wir haben zehn Events noch über. Starten wir rein ins Rennen. Werkstatt Jojo. Okay, es fängt wieder an wie eine Strecke, die ich nicht mag, aber auch wie eine Strecke, die ich eigentlich ganz okay fand. Bitte lass es nicht die sein, die ich zigfach wiederholen musste. Ist es glaube ich nicht. Okay, fangen wir mal einmal links rum. Ich glaube hier ist rechts rum schneller. Ja. Jo, die Windgeräusche sind cool, wenn Sachen an dir vorbeifliegen. Oder wenn du an Sachen vorbeizischst, eher gesagt. Ja, links scheint nicht so schnell zu sein wie rechts rum. Okay. Oh, ein Fahrzeug mit drei Boosts. Boosts wär gut. Das ist echt unangenehm hier ohne Boosts zu verharren. Okay, das ist doch die, die ich recht angenehm finde sogar. Ey. Oder ich probiere es. Autsch. Ha, Karma. Oder ich probiere es mit dem Exotik, weil es mein bestes Auto bisher gewesen immer wieder. Oder hatte ich letztens noch einen, der schneller war? Ne, ich glaube nicht. Ähm. Ähm. Ich probiere es vielleicht sogar mit dem Exotik. Und äh. Probiere da einfach bei dem Gelben keinen Boost zu nutzen. Sondern nur bei dem Roten Looping und beim Schwarzen Looping. Weil die halt so einen etwas größeren Radius noch haben. Und die theoretisch halt noch viel mehr Geschwindigkeit rauben und Zeit rauben. Da hat man es jetzt ganz gut gesehen, dass das eine Boosting komplett leer geblieben ist und sich dann erst gefüllt hat, als ich mit dem Boosten fertig war. Also ich habe während des Boostens schon gedriftet. Ja. Also. There we go. P1. Relativ ungefährdet aktuell. So. Testen wir mal. Wir können ja mal gucken. 35 Sekunden, wo wir hier reingehen. Ja gut. So viel hat es nicht gekostet. Mal gucken, wann wir hier rauskommen. Und hier sagen wir mal. 17 Sekunden etwa hat es gekostet. Jetzt gucken wir mal, wie schnell oder langsam es ist. Wenn man quasi bei dem schwarzen Looping nicht boostet. Und stattdessen einfach bei dem gelben schon boostet. Wenn man ungeduldig ist. Für die Leute, die vielleicht die letzten Folgen ein bisschen verpasst haben. Äh. Hier bei den schlussendlichen Arealen. Deswegen gucke ich mir die Strecken auch genau an. Bei den zumindest den zwei Events, die wir vor diesem gemacht haben. Bei den oberen hier. Ähm. Da ist es so, dass du links das Rennen fährst und direkt rechts davon das Zeitrennen hast. Also merke ich mir da jetzt schon mal so Routen und Co. Damit wir hier gut durchkommen. Im Zeitrennen dann. Jetzt hat die Frage, welches Fahrzeug ich nehme, wenn ich zwei Boosts halt mitnehme. So 17 Sekunden hat das gerade gedauert. Logik sagt, es muss Zeit kosten, wenn ich es jetzt anders mache. Mal gucken, ob es Hot Wheels auch sagt. So. Bei 36 starten wir hier rein. Ja, das bringt glaube ich etwa eine Sekunde. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr. Also allein das könnte halt ein Faktor sein, womit man das schneller hinbekommt. und vielleicht die Zielzeit hinbekommt, hinkriegt dann. Ansonsten wie gesagt, Fahrzeug mit mehr Boosts. Weil ich dürfte da definitiv, wenn ich dann nur bei dem roten und beim schwarzen Looping booste, davor schon eine halbe Sekunde beim gelben locker verlieren. Das lustige ist, es ist ja nicht mal großartig Motorsportwissen oder so. Sondern in dem Fall ist es halt tatsächlich, ja Physik. Gut, basiert halt auf physikalischen Gesetzen, ne. Wie das halt alles ist. Aber jetzt halt die Frage, wann hat man sich als Physikprofessor mal mit Loopings in Hot Wheels oder auf Hot Wheels Strecken beschäftigt. So, nächstes Rennen ist freigeschaltet. Wir fahren aber erstmal das Time Trial Rennen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeiten geachtet, die wir hier gefahren sind. Unter 1,49 muss. Mal gucken. Die Allergie hat heute bei mir richtig hart reingekickt. Bin den ganzen Sack am Niesen gewesen, verschnieft gewesen. Jetzt tut mir ein bisschen in der Kopf weh, der Kopf dröhnt ein Ticken. Ähm, ja. Sehr unangenehm. Ähm, да, hörst du dich halt. Die Allergie sind so safe. Nies 써 dir das. Da sage frei. ich habe sowas von versemmelt wieder mal auch gott ich bin so doof oder beim roten jetzt mal nicht kann ich sowas von neu starten jetzt schon weil die timetrials sind hier halt auch sehr hapig oh gott jetzt kann ich wirklich neu starten ok da muss das boosten schon vorher abgeschlossen sein hier war das halt auch schon komplett banane weil ich da gemacht habe eben so jetzt aber und auch erst wenn die steigung ein bisschen los geht boosten so das dürfte jetzt viel besser sein so 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 BITTE! Yes! Fast first try, alter! Alter, das war geil. Das war sehr gut. Okay, kommt jetzt wieder eine Strecke, die ich kenne. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. 1,20, 1,19. Sehr krass gesetzte Limits, sehr dicht beisammen. Ja, ihr Lieben, 8 Events haben wir noch über. Nächstes Mal geht es weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann geht es weiter mit Hot Wheels Unleashed. Haut rein. Tschau! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.